zum glück gehen wir jetzt noch mal wieder knallern deswegen habe ich mal ein bier auch wiedergefunden also Veko 107er variante 30er knallmatte und danach machen wir noch die kevins zeig die mal daneben ich brauche irgendwas fürs filmkrampf ich muss mit der anderen kurzerhand wechseln also heute ist so eine richtige 90s parade quer durch die ist das eine graue lunte das ist so eine ganz lange grau so eine ultralange ist das doch bestimmt schon wieder frühe als er die war auch richtig richtig gut und richtig laut nicht schlecht zeig mal den kevins kameran machen wir erst mal eine und dann alle auf einmal oder das ist aber ja da bietet sich genau diese an das war die beste entscheidung aber die war die war mindestens also besser ok schönen dank das war die knatter matten action